Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht-der-Weisheit. Letzter Schluss. Ja, heute mal sowas, was ich irgendwie sehr praktisch fand. Man kann Klonzilla, was ihr ja wahrscheinlich von Live-Medien kennt, um Systeme zu klonen und zu sichern, auch lokal installieren. Also unter so einem Debian oder Ubuntu kann man das einfach installieren und damit könnt ihr Medien sichern und natürlich auch wiederherstellen. Mit Medien meine ich jetzt hier sowas wie SD-Karten oder Raspberry Pi oder USB-Sticks, wo ihr irgendwelche Linux-Systeme mal draufgeschmissen habt, um davon zu booten oder sonst was. Das funktioniert eben lokal. Hintergrund dazu ist, warum ich das praktisch fand, bei den ganzen Tests, die ich so mal gemacht habe. Da habe ich hier diverse USB-Sticks und SD-Karten rumfliegen und naja, irgendwann braucht man es halt nicht mehr. Aber eventuell könnte es für die Zukunft nochmal wichtig sein und nehme ich denn jetzt eine neue SD-Karte oder überschreibe ich das, was schon drauf ist. Das ist immer so eine Sache und insofern kann ich mit Klonzilla mir so eine SD-Karte als Dateien wegsichern und wenn ich das doch irgendwie nach ein paar Jahren nochmal brauchen sollte, dann kann ich es auch wiederherstellen. Und in der Zwischenzeit kann ich die SD-Karte für andere Dinge nutzen und dabei hilft eben Klonzilla. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Software-Verteilungssystem M23 und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulung an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eure individuellen Schulungen gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Frag da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistung von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. Wie kommen wir jetzt erstmal an Klonzilla als Software? Das ist nicht weiter schwierig. Wir können einfach über die Paketverwaltung von so einem Debian oder Ubuntu Klonzilla als Paket installieren. Und je nachdem, welche Kompressionsvariante wir nehmen möchten, müssen wir noch ein paar Pakete dazu installieren. Denn es gibt von den Kompressionsprogrammen, also sowas wie Bzip2 oder XZ, auch Parallelvarianten, die alle CPU-Kerne ausnutzen, damit also deutlich schneller sind als die Standardvariante. Sollte man immer verwenden und dazu muss man eben hier zusätzliche Pakete neben dem Klonzilla-Paket einfach mit dazu installieren, denn sonst kann man damit halt so nicht parallel komprimieren. Muss man wissen, aber wenn man es weiß, dann macht man es so, wie es dort steht. Dann haben wir ein Kommandozeilenprogramm, das OCS-SR heißt und dann eine Reihe von Parametern aufnimmt. Wir haben hier zum Beispiel Minus B, dass so ein Batch-Modus verwendet wird, dass keine Nachfragen kommen. Das ist insbesondere dann praktisch, wenn man einfach Dinge sichern möchte mit dem Ziehen von so einem Abbild. Also eine Sicherung anlegen macht mir ja nichts kaputt, also braucht man eigentlich, finde ich, keine Rückfragen an der Stelle. Beim Wiederherstellen macht das schon mehr Sinn, aber für das Sichern kann man das mit dem Minus B machen. Mit dem Minus Q2 sagen wir, wie das Ganze geklont werden soll. Da gibt es verschiedene Methoden. Also Part-Klon und Part-Image, die sind quasi intelligenter. Die gucken sich das Dateisystem an und sehen, welcher Sektor in diesem Medium verwendet ist und welcher nicht. Und dann wird eben bloß das mitgespeichert, was verwendet wird und das wird eben auch bloß komprimiert und der Rest wird halt weggelassen. Die etwas dämlichere Variante ist halt DD, die nimmt wirklich alle Sektoren mit, egal ob da wirklich Daten liegen und komprimiert das auch komplett durch. Also da wird jeder Sektor angefasst und der wird halt in dieses Image nachher reingestopft und komprimiert. Part-Klon und Part-Image gehen erstmal deutlich schneller als DD und bei DD werden auch Sektoren mitkopiert, die zwar Daten enthalten, aber keine Nutzdaten. Denn die meisten Dateisysteme überschreiben halt, nachdem Sektor freigegeben ist, wenn die Datei, die da drin gelegen hat, gelöscht wird, nicht mit irgendwie Nullen oder so, sondern diese Daten von der eigentlich nicht mehr existierenden Datei, die sind immer noch da und das wird mit komprimiert, daher landet im Image, bläht das unnötig auf und man hat eine Menge Mist dabei. Das ist übrigens auch der Grund, warum man bei einigen Dateisystemen auch Dateien nach dem Löschen, wenn man das sehr schnell danach macht und nicht weitere Daten auf das Dateisystem schreibt, auch wiederherstellen kann, weil es halt nicht physikalisch gelöscht ist. Dann müssen wir uns für eine von diesen Kompressionsvarianten entscheiden. Also es gibt auch noch mehr, aber die habe ich jetzt mal so rausgegriffen. Da gibt es immer eine Variante, wo ein P dranhängt. Das ist die parallel komprimierende Variante. Dann werden eben diese Kompressionsalgorithmen auf alle CPU-Kerne ausgelagert. Und wenn da kein P dran ist, bloß auf eine CPU. Wenn man jetzt acht hat, acht CPU-Kerne zur Verfügung im System, dann skaliert das relativ gut. Dann dauert das Komprimieren eben bloß noch ein Achtel der Zeit. Also man spart wirklich eine Menge Zeit. Ja, also da muss man sich für eine von diesen Kompressionsvarianten entscheiden. Oder wenn da nicht eure Lieblingskompressionsvariante dabei ist, dann könnt ihr in die Manpage gucken. Da gibt es noch ein paar mehr. Dann über den Parameter "-i", legen wir fest, wie groß diese Abbilddateien, die entstehen, sein sollen. Wenn wir jetzt auf die Idee kommen, das Ganze auf so einem FAT32-Dateisystem zu speichern, also bloß unsere Abbilddateien, dann haben wir ein Dateigrößenlimit von 4 GB. Dann müssten wir halt, ja, mit ein bisschen verschnürt, sagen wir mal 4000, obwohl eigentlich 4096 MB theoretisch möglich wären. Und dann wird das Image eben aufgeteilt, immer nach diesem Größenlimit. Wenn wir jetzt ein anderes Dateisystem haben, wo wir jetzt diese Limitierung nicht haben, dann ist das relativ egal, kann man weglassen und man nimmt es mit, je nachdem, wie er es braucht. Dann haben wir hier noch zwei FSCK-Varianten, einmal "-fsk und "-fsk-y". Die reparieren beide das Dateisystem, was in dem Originalmedium drin ist. Die erste Variante ohne das Y macht das Ganze interaktiv. Ihr werdet gefragt, wenn irgendwelche Daten inkonsistent sind oder die, ja, Partitionstabelle nicht richtig stimmt oder irgendwie sowas. Und in der zweiten Variante mit dem Y werdet ihr nicht mehr gefragt. Also das geschieht vollkommen automatisch und dabei kann es eben passieren, dass auch das Original kaputt geht. Und müsst ihr wissen, die erste Variante, ja, braucht so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Wenn da irgendwas nicht stimmt, müsst ihr genau lesen, was dort steht und dementsprechend eine Entscheidung treffen. Mit "-or", legen wir noch das Verzeichnis fest, wo wir unsere Abbilder, diese Images, die wir von einem Medium gezogen haben, ablegen wollen. Es wird jedes Mal noch ein Unterverzeichnis angelegt, sodass es wirklich eine saubere Trennung für diese ganzen Images gibt. Genauso ist das für den umgekehrten Weg, wenn wir jetzt was wieder zurücksichern wollen, aus so einem Image wiederum auf der SD-Karte schreiben oder auf dem USB-Stick brauchen wir das eben auch. Dann haben wir noch den Betriebsmodus, habe ich das mal genannt. Da legen wir jetzt quasi fest, was man überhaupt machen möchte. Mit Save Disk sichert man jetzt eine komplette, zum Beispiel externe Festplatte, einen USB-Stick, eine SD-Karte mit allen Partitionen, mit der Partitionstabelle und allem, was eben dazugehört, um dieses Medium wieder eins zu eins wiederherzustellen. Dann gibt es Save Parts, damit kann man eben eine Partition oder eben auch gleich mehrere in einem Rutsch sichern. Und dann mit Restore Disk und Restore Parts gibt es eben die Gegenstücke, um das Ganze wiederherzustellen. Dann habe ich jetzt nochmal ein paar Beispiele rausgesucht, wie das Ganze funktionieren kann, wenn man jetzt hier in meinem Beispiel so ein Medium, ein USB-Stick, der an SDE, also DEV SDE steckt, sichern kann. Einmal im Komplett, einmal die Partition 1 und 2, das Ganze wiederherstellt. Das sind letztendlich die Parameter, die wir gerade eben gesehen haben, jetzt nochmal in Anwendung. Dabei ist zu beachten, dass man bei der Angabe von der Gerätedatei, also diesem schrägstrich DEV schrägstrich SDE, eben das schrägstrich DEV schrägstrich einfach weglässt. Also man schreibt eben bloß SDE hin oder SDE 1, SDE 2 und so weiter. Dann hatte ich bei dem Sichern von einem Manjaro USB-Stick für den Raspberry Pi das Problem, dass dort zwei Partitionstabellen drauf sind. Also zwei Partitionen sind da drauf vorhanden. Und es gibt einmal die GPT-Partitionstabelle und die traditionelle MBR-Partitionstabelle. Und normalerweise, wenn beide Partitionstabellen parallel vorhanden sind, sollten die auch identisch sein. Also die sollten halt dieselben Partitionen auf denselben Sektoren von dem Medium enthalten. Das war in dem Fall nicht vorhanden. Und da hat mir Klonzilla gleich vorgeschlagen, ja, das ist zwar gefährlich, aber mit diesem SGDisc-Z, DEV SDE, kann man die GPT-Partitionstabelle auch entfernen. Also, ja, wenn die jetzt als fehlerhaft angesehen wird und in dem Fall war das eine gute Wahl. Müsst ihr allerdings auch wiederum wissen, ihr könnt damit potenziell was kaputt machen. Ihr verändert das Original-Medium vor dem Anlegen von so einem Image. Aber wenn ihr das nicht macht, könnt ihr mit Klonzilla auch kein Image ziehen. Bei solchen Fällen, wenn euch das wirklich wichtig ist, dass dieses Original-Medium nicht kaputt gehen kann oder darf, dann legt ihr vielleicht einfach mit DD, also ohne Klonzilla, vorher noch mal ein Image an von dem ganzen Ding. Dann macht ihr einmal SGDisc und zieht dann das Image über Klonzilla und probiert auch noch mal aus, ob dieses Medium auch wirklich noch bootfähig ist. Ja, also müsst ihr wissen, was ihr vorhabt. Ihr könnt was damit kaputt machen. Und natürlich bei dem Wiederherstellen von Images macht ihr auf jeden Fall das Ziel-Medium kaputt. Also nicht kaputt im physikalischen Sinne, aber die Daten, die vorher drauf waren, sind dann auch wirklich weg. Da ist eben nicht mehr dasselbe drauf wie vorher. Müsst ihr wissen, ist aber glaube ich auch selbstverständlich. Also auch für mich mal was zum Ausprobieren. Ich probiere das live mal aus. Ich habe jetzt mehrfach mitgekriegt, dass dieser Balena Etcher so dieses Tool ist, was man heutzutage so nimmt, wenn man grafisch irgendwie USB-Sticks aus Images schreiben möchte. Das Ding ist relativ fett, finde ich jetzt schon. Also 92 MB für ein Dings, was letztendlich ein besseres DD ist. Aber gut, müsst ihr wissen, habe ich noch nie ausprobiert. Und ich bin jetzt in einer virtuellen Maschine und habe in diese virtuelle Maschine eine zweite virtuelle Festplatte reingepackt. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, das Raspberry Pi OS Bullseye Image in der Lite-Version, damit es nicht so lange dauert, ein kleineres Image, auf diese zweite Festplatte zu schreiben und hinterher mit Klonzellern ein Image zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber ich lasse mich jetzt auch mal überraschen. So, das Balea Etcher, das habe ich da runtergeladen, direkt von der Seite, balea.io meine ich. Und ja, so sieht es aus, relativ einfach. Und ich möchte jetzt Flash from File. Und ich habe hier das Image in meinem Downloads-Verzeichnis und das möchte ich hier haben. So, mal gucken, kann ich das jetzt auswählen? Ja, ist zwar versteckt, aber genau, warnt mich auch nochmal, ganz gefährlich, es wird deine Festplatte löschen. Ja, das habe ich auch vor. Dafür habe ich mir extra so eine kleinere hier genommen. Und ja, denn mal Flash. Ja, ich bin mir immer noch sicher. Und genau, jetzt brauche ich auch noch Root-Rechte. Also ich muss mein Passwort dafür eingeben. Irgendwie Werbung hat es auch. Die Idee hat keine Werbung, aber naja, man lernt ja immer dazu. Muss man ja auch mal was ausprobieren. Je nachdem, wie schnell eure SD-Karte oder der USB-Stick auch sind oder eine externe Festplatte, geht das wohl auch schneller oder langsamer. Also bei mir läuft es halt auf eine SSD. Aber durch die Virtualisierung wird es bestimmt ein bisschen langsamer, auch beim, ja, dekomprimieren und so weiter. Ich habe der virtuellen Maschine jetzt vier Kerne gegeben. Und, ja, nochmal validieren. Ob das auch alles richtig geschrieben ist. Und, ja. Damit sind wir jetzt auch durch, würde ich sagen. Und wenn ich jetzt hier MMM gucken, sehe ich das hier auch irgendwo noch Geräte. RootFS und BootFS. Das sind jetzt hier die zwei Partitionen, die ich normalerweise auf so einer SD-Karte hätte, die ich mit dem Pi boote. Da sind halt, ja, so Bootloader-Zeugs drauf. Und hier ist RootFS. Das ist eben das Linux-Dateisystem, also das Root-Dateisystem, wo die Distribution drin ist, wo die ganzen Programme drin sind und so weiter und so fort. Also das scheint so funktioniert zu haben. Auf den ersten Blick. Ich kann das wieder auswerfen, aushängen. Und den auch gleich mit nochmal aushängen. So. Ja, also den ersten Punkt. Also den ersten Punkt haben wir jetzt damit schon abgehakt. Abgehakt, wenn ich jetzt hier für das nächste brauche ich jetzt natürlich Root-Rechte, damit ich Software installieren kann. Sudo Bash. So hole ich mir unter Linux Mint und Ubuntu Root-Rechte. Unter Debian würde ich sowas machen wie Su-, aber ich befinde mich unter Linux Mint. Sudo gebe mein Passwort ein und jetzt kann ich und jetzt kann ich eben mir da die Software installieren. Ja, kopieren, einfügen ist mein Freund. Ich nehme das einfach komplett so wie es in Folien stand und lasse das einfach mal installieren. Ihr könnt natürlich auch eine grafische Paketverwaltung nehmen. Das könnt ihr machen, wie ihr halt möchtet. So und jetzt habe ich lokal mein Klonzilla. Zum Anlegen von den Images und Wiederherstellen brauche ich halt auch wieder Root-Rechte, weil es halt direkt auf die Festplattengeräte zugreift oder eben USB-Stick, SD-Karte und dafür brauche ich halt eben Root-Rechte. Und Klonzilla würde auch meckern, wenn ich einen anderen Benutzer habe, selbst denn, wenn ich einen anderen Benutzer hätte, der theoretisch die Zugriffsrechte hat, läuft das halt nicht. Also ich muss wirklich gut sein. Wenn ich jetzt einmal vorher gucke, mit Par Z mit minus L kann ich einmal gucken, welche verschiedenen Geräte ich in meinem System habe, also welche ja, Festplatten. Ich habe einmal hier SDA, das ist mein Linux-Mint-Betriebssystem und dann habe ich hier SDB und das ist eben meine Emulation für den USB-Stick, sagen wir mal. Ihr müsst auf jeden Fall genau drauf gucken, dass ihr auch das richtige Gerät erwischt habt. Das könnt ihr ja einmal an der Größe erkennen und eben auch, dass dieses Gerät nur dann vorhanden ist, wenn ihr dieses USB-Medium oder die SD-Karte aufwendig im System drin habt. Ansonsten taucht es halt auch nicht auf. Und hier unten, das ist eben ja, das Image von diesem Raspberry Pi OS, was ich gerade geschrieben habe, direkt auf einer virtuellen Festplatte, die ungefähr 8 GB groß ist. Also ich brauche SDB. SDB merken, nicht A nehmen, B nehmen. So, ich lege mir jetzt gleich erstmal ein neues Verzeichnis an. Jetzt nehme ich einfach mal Clonezilla und gehe da auch direkt rein, damit ich meine Images abspeichern. Diese Images gehören nachher natürlich auch Root. Da kann ich mit dem normalen Benutzer Test, mit dem ich normalerweise unterwegs wäre, nicht darauf zugreifen. Das muss ich auch wissen. Ich kann natürlich mit Root die Zugriffsrechte hinterher auch noch ändern und ja, genau. So, jetzt mache ich auch wieder Kopieren, Einfügen von dem, was ich gemacht habe in den Folien. Ich nenne das jetzt nochmal um. USB-Sicherung SDB. Das ist einfach bloß der Name, dass ich das nachher auch wiederfinden kann, damit ich irgendwas Sinnvolles damit verbinde. Wenn das jetzt die Raspberry Pi OS ist, dann könnte ich dazu schreiben, ja, das ist jetzt die Version vom 14. April 2022 mit Desktop und so weiter oder ich vergebe dem einfach irgendwie sinnvollen Namen. Das ist aber bloß für mich. Für das System, für Klonzilla, wichtig ist die Angabe von dem Gerät, was ich sichern möchte, ist jetzt B in meinem Fall. Und wichtig dabei ist auch, dass ich sage, ja, OR Punkt. Also mein Klonzilla Arbeitsverzeichnis ist das Verzeichnis, in dem ich mich gerade befinde und dort wird ein Unterverzeichnis angelegt, was eben so heißt und da werden alle Informationen abgelegt. Ja, und so geschieht das halt für alle Images, die ich halt anlege und eben auch die ich wieder herstellen möchte. So, wenn ich jetzt einmal Enter mache, dann überprüft Klonzilla noch ein paar Dinge hier, guckt sich Partitionstabellen an von dem Medium, was ich sichern möchte und dann geht es eben auch los. Also die einzelnen Partitionen werden eben auch einzeln gesichert. Diese FAT32 Partition, die wird einzeln gesichert und dieses EXT4 Dateisystem, das wird eben auch extra gesichert in einzelnen Images quasi und hier wird eben Part-Klon verwendet. Also es werden wirklich bloß die Sektoren gesichert, die auch mit Nutzdaten, mit nützlichen Daten gefüllt sind und nicht das, wo und nicht die, wo quasi bloß Datenmüll drin ist, der eigentlich nicht mehr gebraucht wird. Ja, das dauert ein bisschen, je nachdem, wie schnell das Medium ist. Also irgendwo gibt es halt immer eine Begrenzung. Entweder die SD-Karte ist so langsam, dass ihr da einfach nicht mehr Daten rausziehen könnt oder eure CPU ist der limitierende Faktor oder das Medium, worauf ihr die Sicherung macht. Irgendwo ist halt immer der Flaschenhals. Ja, das kann sein, dass es hier jetzt die CPU ist, aber genau, dauert halt ein bisschen. nachdem jetzt auch die zweite Partition gesichert wurde, wird jetzt noch mal so ein Checkdurchgang durchgeführt, also es wird noch mal überprüft, ob jetzt auch das Gesicherte mit dem Medium übereinstimmt, ob das wirklich jetzt quasi eine bitgenaue Kopie in dem Image vorhanden ist und das ist einfach bloß für die Sicherheit. Also das sollte man sich letztendlich auch gönnen, über zusätzliche Parameter bei dem Clonzilla könnte man das deaktivieren, aber ich würde das einfach mitnehmen, dann dauert das halt länger, aber dann ist man auch sicher, dass dieses Image auch wirklich richtig ist. So, jetzt haben wir das Ganze gesichert und ich habe jetzt hier dieses neue Verzeichnis und wenn ich da einmal reingehe, dann kann ich dann noch mal gucken, wie das dort drin aussieht. Also ich habe hier einmal meine Images von den beiden Partitionen, da steht eben drin, wie die Partition quasi im Original hieß, also sdb1, sdb2, welches Dateisystem drauf war und dann eben wie das Ganze komprimiert ist. Also ich habe das eben mit xz gemacht hier, komprimiert sehr gut, dauert relativ lange und ja, auch halt wenig Speicherplatz, wenn ihr es vielleicht nie wieder braucht, dann darf es ruhig klein sein, finde ich, aber Geschmackssache. Dann haben wir hier noch weitere Informationen, die aus diesem System ausgelesen wurden. Ja, die Partitionstabelle ist noch mit dabei, wie die verschiedenen Partitionen auf dem System sind mit zusätzlichen Parametern. Dann hier sind sogar DMI-Informationen drin, einmal kurz reingucken, da steht alles drin über das System, mit dem ihr das Image angelegt habt. Also ich habe das jetzt in der virtuellen Maschine angelegt, unter VirtualBox, darum steht hier eben Innotec, GmbH, die haben vor ewigen Zeiten VirtualBox mal entwickelt, ich weiß gar nicht, ob das geschlossen war oder so, dann wurde Innotec auf jeden Fall von Sun übernommen, dann ist es freie Software geworden und ja, das ist es halt immer noch, obwohl es jetzt Oracle gehört. Aber Innotec steht eben noch immer drin. Wenn ihr das jetzt auf einem nativen System macht, stehen da eben andere Informationen drin, genauso wie, ja hier wird auch noch sowas drinstehen, ich habe da noch nie wirklich reingeguckt, können wir einfach mal machen, da stehen eben noch mehr Informationen über das System drin, mit dem ihr dieses Image angelegt habt. Ja, ob man es braucht, eher nicht, aber naja. So, also ein Image angelegt haben wir jetzt. Jetzt, jetzt gucke ich auch noch mal, wieder in den Dateimanager hier, also ich habe weiterhin rootfs und boot. Jetzt bin ich ganz fies, ich sage jetzt dd, if, f, def, 0, o, f, def, sd, b, b, s, gleich 1, m, und count gleich 1. Damit lese ich aus einem speziellen Gerät, def, zero, gib mir Nullen zurück, also gib mir einen endlosen Strom von Nullen zurück, das nehme ich als Eingabe, Input, und dann schreibe ich hier mit o, Output, File, das Ganze direkt auf meine zusätzliche virtuelle Festplatte, sdb, also ich mache das Ding jetzt quasi kaputt, also ich überschreibe die Daten, mit bs sage ich noch die Block Size, also die Blockgröße, die ich auf einmal schreiben möchte, die soll 1 Megabyte sein, und mit Count sage ich, wie oft das wiederholt werden soll, also ich schreibe an den Anfang von sdb 1 Megabyte Nullen, damit ist sichergestellt, dass ich auch die Partitionstabelle kaputt gemacht habe, die liegt in den ersten 512 Bytes bei MBR, also die ist auf jeden Fall weg, und wenn da jetzt noch irgendwie GPT drauf wäre, ist das auf jeden Fall auch weg, also ich verliere quasi dieses Inhaltsverzeichnis für die Partitionen auf diesem System, und damit ist das Gerät quasi lang, also jedenfalls aus Sicht von Partit und Co. So, das mache ich jetzt, geht auch relativ schnell, ich schiebe noch mal so ein Sync hinterher, mit Sync sage ich, lieber Linux-Kernel, schreibe jetzt alle Informationen, die du in so einem Puffer noch drin hast, auch auf die entsprechenden Medien, wenn Sync sich beendet, also wer die Kommandozeile freigibt, dann sind auch wirklich diese Nullen auf sdb gelandet. So, mal gucken, ob der Dateimanager das sofort sieht, also wie man sieht, sieht man hier nichts mehr, also da stand in diesem Bereich ja irgendwo vorher rootfs und boot hieß es glaube ich, oder raspi-boot, oder, ach, keine Ahnung, guckt im Video nach, was da vorher stand, auf jeden Fall, es ist weg, das ist schon mal sehr gut, ist erstmal kaputt, so, und jetzt stellen wir das wieder her, da mache ich jetzt wiederum Kopieren, Einfügen von meiner Folie, habe ich da einfach runtergenommen, passe das entsprechend an, weil eben ein Sicherungsverzeichnis da drin eben anders heißt und das Gerät ist eben sdb und Abfahrt. Hier gibt es jetzt wiederum diese Checks vorher, ob das Zielmedium vorhanden ist und sonst irgendwas, da es vorhanden ist, geht das relativ zügig, jetzt geht es auch schon los mit dem Wiederherstellen von diesem Medium und das geht halt viel, viel schneller, weil es halt nicht komprimiert wird, also das Komprimieren dauert halt doppelt, nee, deutlich länger, irgendwo habe ich glaube ich gelesen, 20 Mal so lange, wie das Entpacken nachher, jedenfalls bei XZ und das ist bei vielen Algorithmen so, dass das Packen halt viel, viel länger dauert als das Entpacken und auch was es an Arbeitsspeicher dabei verbraucht, Packen ist immer deutlich anstrengender als das Entpacken wiederum. Flaschenhals dabei ist dann natürlich, wenn ihr es auf der SD-Karte schreibt, die schreibt halt nicht so schnell und daher kriegt ihr da normalerweise nicht diese Geschwindigkeiten, die ihr jetzt hier seht. So, mal gucken, jetzt ist diese Wiederherstellung eigentlich durchgelaufen und wenn ich jetzt nochmal gucke, in den Dateimanager hier und jetzt habe ich wieder mein Boot und mein RootFS und da sind wiederum diese Sachen drin. Ja, so einfach kann es gehen und damit könnt ihr eben beliebige externe Medien, USB-Medien oder eben auch interne Festplatten von dem System, wo ihr es drauf laufen lasst, einfach sichern und das Ganze im laufenden Betrieb. Und da das im laufenden Betrieb ist, braucht ihr eben kein Extrasystem, das ihr über ein Live-Medium bootet und das belegt ist, das könnt ihr im Hintergrund laufen. Es ist eigentlich auch egal, ob das jetzt eine Stunde braucht oder zwei Stunden, das läuft einfach im Hintergrund und ihr könnt normal weiterarbeiten. Ja, das war es dann auch für dieses Mal. Viel Spaß beim Sichern und Wiederherstellen von euren USB-Medien, beim Sichern und Wiederherstellen von SD-Karten, externen Festplatten und so weiter, damit da vielleicht nicht so viel rumfliegen, wie ich bei mir jetzt so im Laufe der Zeit mal gesammelt habe. Ansonsten, ja, Glocke drücken, abonnieren und bis zum nächsten Mal und tschüss. spouse, alles, auch bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020